ein geringer Prozentsatz von Personen kann durch Lichter, Mustards oder Bilder Anfälle Saber Interactive Power-O-Mount Ah, basierend auf dem Film mit Brad Pitt Werden war die Cool-O-P-Kampagne Ja, äh, 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 scheiß Controller. Ich habe ja erstmal hier mehr Spieler, das haben wir noch. Das haben wir dann noch Ausrüstungsprofi. Einstellung. Dann machen wir mal ein bisschen heller. Bisschen heller machen, oder? 1,5. Ah, machen wir mal so, 1,6. Ja, ein bisschen heller. Koop oder mehr Spieler? Koop. Online-Öffentlich, Online-Privat? Online-Privat? Äh, schnelles Spiel, Folge New York, Folge Jerusalem, Folge Moskau oder Tokio. Wollen wir mal anpassen. Anpassen. Klasse. Waffen aussehen, aussehen. Wollen wir mal aussehen. Wollen wir mal den Charakter hier auswählen. Ja, das könnte ich sein, oder? Ja, schon voll cool. Ja, der gefällt mir ja schon hier. Ja, dann gleich mal hier ein Machine Gun. Oder... Oua, Schicka, ja. Ja, das ist schon mal cool hier. Ja, Zigarette, das könnte man doch schon mal sehen, ne? Ja, die ist ein bisschen ängstlich hier. Er sieht ein bisschen russisch aus hier. Jo, schon gefunden. Schon gefunden. Ja, der gefällt mir schon, ja. Der hat ja genau so, oder? Der ist doch der gleiche. Oder sind das alles die gleiche? Ja, hallo. Er ist nur am Saufen, ja. Oje, oje, oje. Ah, der war auch nicht schlecht, ja. Mal ein Käppchen trinken hier. Ach, der hat ja einen Schaden, oder? Aber nur einen leichten. Ach, der ist wohl der andere Charakter. Ai, ai, ai. Ich weiß, das ist schwierig, ne? Wen nimmt man dann, ne? Jo, äh, der Sniper Chief ist, oder was? Ja, der hat ne Angst. Na, na, ich glaub, ich nehm mal ein, äh, na. Ich bin mal nicht so ganz glücklich hier. Ich glaub, ich nehm mal ihn. Ich nehm mal ihn. Äh, 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 Accessoires. Brauchen wir keine. Kusst alles nur Geld, Geld haben wir ja noch keins. Äh, drehen. So, da haben wir den hier. Hab ich den jetzt gemacht? Ja. Ah, jetzt hab ich den jetzt ausgewählt, ja. So, dann mal Waffein. Waffenanpassung. Ne Waffenverwendet, oder? Ne, ne, ich bin jetzt auch von Papi-Poi. Oh. 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 Hab halt noch keinen, der ist ja klar, für uns gescheites. Obwohl. Sturmgewehr. Ich will halt noch Rang 1, und dann kann ich das nehmen. MP, Schrotflinte, Pistole, Aufklärung, äh. Äh, 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 eh, von mir aus einmalige Versionen. Ah, wird mit einem DLC freigeschaltet, ja, wunderbar, ja. Oder mal, dann kann ich nicht noch Klasse 2 auswählen, mal, 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 mal. Äh. MP, Scharfschützengewehr, Kampfgewehr, Sturmschrotflinte, Armbrust, Granatwerfer, äh, Sturmkarabiner, oder? Was? Was ist denn? Was ist denn Kadenz? Kadenz. Neuer, ja. Kampfgewehr. doch mal das aussehen gefällt mir doch nicht so richtig der typ die sieht man halt nicht die leiline eine mitte oh lang klasse gewollbehält entdeckung spielergarten köln lass es krachen du mal what und einer komplexe fies feuerhaber erschrecken hier höllenfürst was wurfarm schlitzer what äh gar kein plan her kein plan folge wählen wir machen jetzt mal folge new york abstieg es geht ab wir steigen ja wir anpassen waffen waffen aaaaaaah leck nur wo muss ich weiß nicht was er will von mir die flachzange hier ich habe keine ahne ich habe keine ahne ja jetzt habe ich mal was macht er denn jetzt mit versuch es noch ich will doch nicht hier penne ins internet ja mach jetzt die maus wieder weg ja horst so zurück ja ja arschlecken jetzt hier spielen anpassen kann ich doch am arsch machen alle lecken hier was habe ich denn jetzt erfütt scha ooooooooh her für was wähle ich mir einen aus du mischt marde ja wu uu 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 leck mich doch in de k Ich weiss eh, ich kapier's nicht. Bau kann ich mir nicht einen anderen nehmen. Hä? Bevorzugter Charakter. Ängel Flores? Ah, halt haben wir's ja. Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Jesus, das hat ein Stretch hier. Ein Party bricht aus hier. Alle Spieler sind bereit, starte Spiel. Erreiche die U-Bahn. Vier New Yorker, von dem ich war hier kreisenden Hubschrauber hier am Schicksal überlassen, haben keine andere Wahl, als sich ihren Weg in die Freiheit zu erinnern. Goddammit Bunko, I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. They put a steamload up on me and then they'll be back here. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will stop here. The subway is our only chance. We take it to Anwar, get to the EVAC Center and get the fuck out of New York. We die. Schon im Prinzip so das gleiche wie Back 4 Blood und Hass und alle anderen Spielchen. Finde einen Weg nach unten durch das Gebäude. Interagieren. Der Abenteil. Oh, SHUT UP. Where are you hiding? Where are you hiding creeper. Dan, you hear me? Hey, Wasser. I don't see you, Schud. ướnd die prosecutor. oh what what for you you come oh stairs are out what the hell I have no plan here Jesus Christ I think they have a little bit of stress but there is no oh 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 or oh oh Los Rinder! Ich glaube wir haben einen vergessen. Fahre ins Erdbeschuss. Wir sind ja 35 schon. Holy shit, ja. Ich hab kein so gutes Gefühl hier. Aber gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Ich glaube da unten bricht gleich die Panik aus, oder? Ja. Irgendwie sollte man hier... Äh äh. Kein gutes Gefühl. Äh äh. War noch was? Du weißt, es sind überall Waffen und Munition, ne? Halber, was? Erreicht die... Befreie die... Vorhalter von alten Zombies. Was? Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Ich muss ja irgendwie... Ich denke, ich soll runter. Oh. Mann. Äh, ich lauf hier am Kreis, oder was? Wie komm ich runter? Ich war doch schon unten. Äh, jetzt läuft's halt ein bisschen langsamer, oder? Und dann komm wir ja nirgends durch. Und ja, da außen rumlaufen die, oder was? Oh, oh. Ah, da hat er eine Markette. Das ist eine Markette. Ja, wunderbar. Ja, das ist perfekt... Was denn das für Waffen hier? Chuuu, jau. Chuuu, jau. Jesus, ich brauche eine andere Waffe, ja. Ja, wir werden ja immer mehr, ja. Hau ab, du, ja. Oh, ich hab mir Arsch, wo kommen die her? Wo kommen die, hau ab, ja. Jesus, ich bin ja schon halb Muno, ja. Oh, ich hab mir sauber die, hau ab. Eho, ey, glaub, jo. Hier, I'm, oh, je. Oh, je. I'm dead hier. Alle sind tot. Ich glaube, das war jetzt mal nicht so positiv hier. Oha, hast du sogar Werbung, was heißt Werbung? Oha, hast du sogar Werbung, was heißt Werbung? Ah, natürlich funktioniert das. Wieso soll ich das nicht funktionieren? Kannst du dich noch an mich erinnern? Der Name sagt mir halt nix. Pascal. Aber funktionieren tut alles. Bis jetzt hat es bei jedem funktioniert, wenn mal jemand gespendet hat. Warum sollte es dann bei dir nicht funktionieren? Ah, auf YouTube noch. Aha. I know, I know. Derjenige ohne Mikrofon. Oh ne Mikrofon. Jaja. Der Mensch mit der Bank. Jetzt weiß er ja. Jetzt kann ich den Namen irgendwo hinstecken, ja. Und alles klar bei dir? Scheiße. Assalamualaikum, ja. Shit, hier hat der Teil wieder abgelost hier. Gut hier. Gut hier. Gut hier. Dankeschön. 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 Komisch. Ich kann dir ein Abo kaufen. Kommt drauf an mit was du spenden müsst. Paypal geht. Das bei Twitch geht. Da Bits gehen. Bis jetzt hat's immer funktioniert. Bis jetzt hat's immer funktioniert. Ich wüsste nicht warum es nicht funktionieren soll. Hier ist nichts drin, was man gebrauchen kann. Oh scheiße. Da war noch zwei Novels. Ich wünsche es ja nichts. Da war noch zwei Novels. Ich wüsste nicht. In der Mitte ist auch ein Abo. Ich wüsste nicht. Das war auch ein Abo. Ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht. Ja, ja. Scheiße! Ich bin ein bisschen in Stress. Oh, oh... Oh, oh, what?! Oh, ich lege mich am Arsch, ja. Oh, Scheiße... Hey, ich bin ein Toad oder was? Hey, ich lege mich am Arsch! Ja, mir geht's gut, sehr gestresst, aber so ziemlich gut in hier. Wie es halt bei alten Mann geht, ne? Mann, Scheiße, ich bin so schlecht hier. Man lebt halt vor sich hin, weiß. Der Herr Gamers war vorhin auch da kurz. Ist halt nicht einfacher als Rentner, weiss. Gerade in der heutigen Zeit ist es halt schwierig, ja, sein Leben zu finanzieren mit einer mitkriegten Rente, ne? Aber jo, man lebt halt, ne? Mann lebt. Ich geh mal in ne andere Folge, ja. Mach mal Jerusalem. Hirnchirurgie. Ich geh mal in ne anderen Vorzug der Charakter. Wann haben wir da noch? Ja. 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 Nehmen wir mal die Lady. Ja, der, aber der hat, der ist nur ab und zu noch da. Ab und zu ist er da, ja. Ja. Vorhin hat er Hallo gesagt. Kurz. Aber sonst von früher keiner mehr. Alle weg, alle weg. Ja. Aber schon lang, schon lang. Ja. Ja. Oh lewig. Keiner mehr übrig geblieben. Und der YouTube-Kanal ist schon aufhören, geht ja auch bergab, ne? Seit ich keine FNAF-Games mehr spiele. Ja. 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 War das so, wie du bescheuert dich, oder was? Oh, da steht nunmal einer. Oh, der ist schon tot. Hä? Ich hab aber da keine Peilung mehr. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hab kein gutes Gefühl. Oh, da kommen sie schon. Jo, scheiß mich zuhör. Oh, schau ab, ja. Jo, legt um mich. Brande, legt mich doch, ja. Oh, shit. Jeez. Ah. Ey, da lebt noch einer. Kommt nur, kommt hier nur her. Oh, leid, blatt. Ah, ja, mei. Ich denke, hier bei Twitch bin ich ja genauso lang wie bei YouTube. Den Kanal hab ich auch schon sieben Jahre. Genauso lang wie bei YouTube. Ich hab beides gleichzeitig damals gemacht. Nur hab ich dann halt nur auf YouTube was gemacht. Und ich bin halt, ich hab ja meinen YouTube-Kanal noch und streamen tue ich halt nur noch auf Twitch, ja. Aber auch schon jetzt mittlerweile wird er... Also jeden Tag tue ich das streamen, jeden Tag. Und das schon seit... weit über mir, ja, glaub ich. So, das hätten wir jetzt nicht. Machen wir noch. Machen wir mal Munition hier. Aber da hab ich keine Munition. Scheiße, das ist ärgerlich, ja. Halt die Fresse, ich brauch Munition. Oh. Alpha, die Situation at Green Gold is going south. You need to move. We're gonna go. Oh. 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 Bremen. Roboter. Schuss. Roboter. Marc. Wow. Oh. 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 Geez. Schieß! Hau ab her! Yo lecker mio am Archer! Schieß! Ich hab da nur voll die Schlunzwaffe her! Jeden Tag, ja. Was soll ich sonst machen, ne? Was macht man sonst als Rentner mit seiner Freizeit? Halt die Schnauze, ich brauch jetzt erstmal neue Waffen her. Die Waffen taugen nix hier. Yo, that's a weapon. Ah, was haben wir da noch Schönes? Mal das noch alles mit dir nehmen. So, jetzt sieht es schon ganz anders aus, ja. So, wo gehen wir jetzt wieder hin? Ja. Und tu, bist du auch so am Streamen oder so? Oder nur rein Zuschauer? Du schauer. What the hell? Hallo, hallo, hallo! Jesus Christ! I need a shower. Where is that cream? Holy shit, yeah. What a fool. Uh oh. You're pissing me off! Get your ass in here and seal the door! Ah! Ah! Oh. 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 huh. Also, ich have leider keine Zeit. Ah. Nur Zuschauer. I mean. Why not? I have gedacht, du machst ja Hause-Augenkanal wo du... Ah, Mann, bin ich schlecht. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Scheiße, bin ich schlecht hier. Kack. So wird es ja nichts hier. Mann, 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 Mann. 25. Mann, Mann, Mann. Ich sagte ehrlich, bin froh, dass du nicht mehr nur... Ne, mach ich gar nicht mehr, absolut nicht mehr. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Darum hab ich ja auch keine Views mehr auf YouTube und nix mehr interessiert halt keinen mehr, was ich mach. Aber ist mir egal. Werde ich nicht mehr machen. Nein. Ja. Scratcher. Hör mir auf. Ich werde kein einziges mehr spielen. Nein. Ich hab das knapp sieben Jahre gemacht, Fluff Games. Und... Keine Böcke mehr. Absolut nicht. Und seitdem geht's halt stetig bergab bei YouTube, ne? Aber so. Mir egal. Ich mach trotzdem noch meine Videos. Und das halt auf Twitch jeden Tag. Und mir egal. What? Was erzählen wir? Online-Dienste nicht verfügbar. Ich glaube, du spinnst hier. Arsch auf mir. Ja. Ein Zeichen von oben geht nach Moskau. Das ist er hier. Das ist die. Und wer ist Ivan Djoktenko? Ah, dann nehmen wir doch lieber die Lady. Und heute spiel ich halt mal das, so für den Sonntagabend noch schnell. Weil ich hab heute ein bisschen später angefangen. Normalerweise fang ich immer etwas früher an. Aber heute hatte ich einfach keine Bock aufzustehen. Und dann hab ich gedacht, ja spiel ich ein bisschen World War Z. Da brauch ich heute nicht viel denken. Ich spiel ja alles hier auf meinem uralten Laptop mit kaputtem Controller. Oh, das ist der Ende. Oh, das ist der Ende. Oh, das ist der Ende. Oh, schön. Winter. Der Helikopter. Wonderful! So. That was? Nur Super brainstorms! Und das ist aber planivary же du noch gerade ich представляst. Ich schieße auf alles. Finde einen Weg ins Museum. Ja, Olga, was ist? Was schmeißt du jetzt eine Granate, du blöde Kuh? Es ist ein Kuss. Ja, oh, noch nicht. Oh, du blöde Kuh. Hallo? Du schiehst mir. Wir sind nach dem Platz. Was? gibt es hier irgendwas schönes ja ist schon alles zu dunkel ganz normale bist du tot joo screamer oh schaut auch wer Yo, stop shooting! Ich schaue mich hier. Ja, Zeke. Jesus. Ja. Party hier. Holy shit hier. Aber es freut mich, dass du mal vorbeischaut. Es freut mich ja. Ich habe leider wegen Corona allgemein keine Zeit mehr für irgendwas. Es läuft bei mir auch sehr scheiße, seitdem meine Bank geschlossen wurde. Ja, Corona und allem möglichen. Dann die extremen Preiserhöhungen bei allem. Macht sich halt bei mir als Rentner sehr bemerkbar. Diese Preiserhöhungen, die absolut nicht gerechtfertigt sind, das macht das Überleben schon ziemlich... fast schon unmöglich, würde ich sagen. Gerade mit einem kleinen Budget eigentlich fast nicht mehr zu realisieren, ja. Möge ich halt ein bisschen leiser sein, ja. Ich sollte... We have to hurry. Holy shit. Oh, let's get rid of the shit. How are we? Oh, look at them all. There's no more here. Look at these paintings. Let's get moving. Oh, I think there's only more, right? Oh, look at them all, where are they all coming from here? Oh, shit. Oh, shit. Leck mich am Arsch, yeah. Yo, a second? Ja, ich kipp da auch zwei Seconds. Holy moly. Deswegen bin ich mit meiner Familie von Hamburg nach Wien umgezogen. Ah, in Wien. Oh, shit. Ich hab keine Granate mehr. Ich hab keine Granate mehr. Ah, so kann mich heilen. Ah, ich hab immer noch Feuerwissen sollen, ja. Oh, oh. Reloading. Reloading. Oh, yes. Oh, yes. Let's keep moving. Ah, is aber da noch. Oh, da wird die wacht. Oh, no. Oh, no. Oh, ich spiele schon ruhig hier. Ich spiele nur rein, Spaßes halber. Ich bin ja nicht so gut, ne. Oh, no. Oh, das ist meine Güte. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Ich bin schon der Hall���. Ich hab' nie. Oh, das war großartig. Halb tot, ja. Panik hier. Da muss ich nichts machen. Und da ich ja mit dem Controller spiele, da bin ich ja sowieso nicht der Beste. Was habe ich denn da für eine Warpferd? Was habe ich denn da für eine Warpferd? Splitterkanade kann man gebrauchen. Primär. Oh nein, mein Läscher. Schön hoch. Da, 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 da. Muss ich irgendwie da runterkommen, ne? Oder nicht? Runter? Äh, ich hab keine Ahnung. Runter. Äh, ich hab keine Peilung mehr. Ah. Was? Was hast du getan? Der Kode hat funktioniert, aber es sagt Zone fault. Es ist ein Schlaggerät für 2 Minuten. Was? Jo. Wunderful. Jo. Oh, scheiße, ja. Oh, 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 this walked over. I'm dead. I'm trapped here. That's... Nein. What a mess. What a mess. Das war natürlich jetzt reicher peinlich hier. Ja, da haben wir auch die meisten Kills hier, ne? Scheiße, Mann, dann ja. Und sonst ist halt bei mir alles beim Alten geblieben. Ich habe einen Xbox Game Pass Ultimate, ja sonst könnte ich es ja gar nicht spielen. Auf meinem Laptop. Ich spiele es ja über den Laptop, ne? Da ich ja keine Konsole habe. Und mit meinem Laptop kann ich ja großartig nichts spielen. Der ist ja uralt, ja. Da taugt ja gar nichts, ne? Und so kann ich es halt über das Cloud Gaming alles spielen. Ja, ohne mir das zu installieren oder so. Oh, da macht das schon mehr Spaß, ne? Ja, mal nach Tokio. Und da geh in die Sonne. Ah, bevorzugter Charakter. Ah, das ist eher... Hieroi Okade. Ah ja, okay. Ah ja, okay. 367 Spiele habe ich. Also die ganzen Fallout Games, World War Z, Back 4 Blood, Wolfenstein, aller mögliche Schlutz halt. Und mit dem Allgemeinen kannst du halt auch Cloud Gaming machen. Ja, okay. Time to go. Ja. Also grad für mich ist das halt optimal mit so einem alten Laptop, weil das... Sonst könntest du das nie spielen, ne? Und dann ist das halt schon perfekt. Ah, der hat nur eine Waffe oder was? Ich muss ja da hoch. Oh scheiße, die waren dann... Das war nicht gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich das machen. Ja. Das wollte ich nicht hier. Komm her du. Oh, da ist auch Blatt. Scheiße. Erreiche den Bus, jo. Wir setzen uns alle in den Bus und fahren davon. Hallo? Weg da her. Ich wollte mal kein Level überleben, ne? Das wär ja schon mal von Vorteil. Rescue Leader. Rescue Leader. Oh! Du horchst. Ah, brauch ich noch gar nicht. Ihr legt mich an die Cap her. Yakuza hab ich schon gespielt, ja. Yakuza 6 hab ich gespielt, ja. Find ich auch ein geiles Game. Aber die scheint leider nur auf Japanisch. Yakuza 6. Aber schon crazy. Aber schon crazy. Ich mag das. Ich rush jetzt einfach. Esquad. 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 Ja. Esquad. Ja was ist schon Leute? Kommtis ja nach Hannay probably. Das ist nicht nicht Sinn autre. Ich bräuchte mal wieder Munition hier, aber da! Holy shit! Ja, ich bin noch da! Hilfe! Help! Help! Ah, da hinten ist doch noch was! Na immer den Busch ist gut hier! Weg da her! Oh, ich muss mich nur verteilen! Gee! Jo, wie viel sind denn da noch, herr? Was hab ich da für eine Scheißwaffe, herr? Ich hab' die voll... What?! Ah... Ja, mich stört die wenigen Sprachen auch, aber die Stimmen auf Japan sind sehr... Ja... Und das Yakuza 6, das ist halt nur... Auch die Untertitel, alles nur auf Japanisch! Als einziges, das ja! Das hab' ich gestreamt, ja! Ist halt so wie GTA, bloß halt auf Japanisch, ne? Und... Und... Ich bin ja ein absoluter Japan-Liebhaber! Die ganze Kultur, da... Das ist halt meine Welt! Aber es war schon lustig, ne? Wenn du nichts verstehst, was überhaupt abgeht! Obwohl es mit Sicherheit ne coole Story ist, ne? Weil es geht ja alles um sein Kind da, ne? Aber es macht schon Spaß, wenn du sie so verknüppeln tust! Ja, ja... War schon cool, ja! So... Na... War schon mal... 다고 warst au dem Auto? Ein kompakt MP, Arzt, Buster, Schlitzer. Ah, ich hab gleich gewusst, Pascal, YouTube, da ist was da wieder hingefallen. Ja, und User, der hat ja ganz aufgehört damals, der hat sich dann mehr um sein Privatleben gekümmert. Der Piwi, der meldet sich auch nicht mehr, schnurrt der Herr Gamers noch, ja. Der tut ja auch mal auf YouTube streamen, heute hat er auf Twitch gestreamt. Der Marsox von früher, der hat auch ganz aufgehört. Ich bin sogar noch mit mehr Gamers zusammen die einzigen zurückgebliebenen. Er hat sich viel verändert ja in den letzten Jahren. Aber wird halt auch älter, ne? Ich bin zwar momentan ein bisschen heiser, weil ich glaub, ich hab zu viel rumgeschrien beim Spielen. Meine Stimme versagt ab und zu, aber sonst... Ich bin immer noch dasselbe Horst wie früher. Immer noch so durchgeknallt, ja. Ich bin nicht mehr so durchgeknallt, ne? Ich bin nicht mehr so durchgeknallt, ne? Ich bin nicht mehr so durchgeknallt, ne? Ich bin nicht mehr so gefährdet und nicht mehr so durchgeknallt, aber ich bin nicht mehr draufgeknallt. Nee, das war's nicht. Du sollst die... Oh, halt die Gaucher. Ich weiß nicht, jetzt wechsel sie die Waffe nicht mehr. Die blöde Kuh. Ich hab keine Ahnung mehr. Das ist ja noch eine Linkshänderin, oder was? Was soll ich mir da umdenken hier? Was soll ich mir da umdenken hier? Jesus. Was soll ich mir da umdenken? Was soll ich mir da umdenken? Was soll ich mir da umdenken? Man... Nein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich mir da umdenken? Rescue Leader. Braucht andere Waffen irgendwie. Wo geht sie denn jetzt hin? Sie nimmt ja einen ganz anderen Weg. Ah, da unten ist der Bus. Ich brauch Waffen. Oh, shit. Ich hab nur ne... ne Pisswaffe. Was soll ich mir da umdenken? Was soll ich denn mit dem Schlund? Dinge. Was soll ich mir da umdenken? 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 Hast du was abgekriegt? Du blutest, Mann. Ich hab keine Zeit zum Blut. Ich hab keine Zeit zum Blut. Oh, Panik, Panik. Dankeschön, Pasi. Für deine Unterstützung. Dankeschön. Ich muss mich heilen hier. Ja, ich brauch Munition und vor allem ne andere Waffe. Dankeschön. Das hat der Herr User früher mal gesagt. Da hat der Stadt Pascal immer Pasi gesagt. Ja, ich kann mich doch erinnern. Das Hirn funktioniert einigermaßen. Oh, ja. Ab und zu noch. Nicht immer, aber immer öfter ne. Nicht immer, aber immer öfter ne. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist ja alles voll. Vorbein. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Ja, dann stehen wir doch nicht im Weg rum, du Panik. Ja. Ja. Oh, das muss ich doch gerade heilen hier. Ja. 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 ... ... ... Sind die jetzt alle platt? Lenkt mich am Arsch Ah, der Bus fährt weiter. Habe ich komplett vergessen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Senke die Absperrung. Keine Ahnung. Würde mich auch interessieren, was die anderen so von früher machen. Ja, aber ich muss irgendwie da durch. Ah, da geht's lang. Oh je, ich glaube, schnell wird er zurück hier. Oh, ja. Oh jeez. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Ja. Ja. Oh, danke. Oh ja. Oh. 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 Was hat er eigentlich da. Momentan spielt er auf Englisch, weil er spielt mit seinen Kollegen aus der Ukraine und da ist es halt einfacher auf Englisch sich zu unterhalten, weil Russisch kann er ja nicht. Sonst spricht man halt auf Englisch und Deutsch können die halt nicht. Darum ist es halt absolut nichts für mich, weil ich verstehe ja gar nicht Englisch. Es sind schon einige, ja. Also fast unmachbar. Jetzt war ich so kurz vorm Ende her, scheiße. Der ist aber jetzt ärgerlich hier. Aber anpassen. Ich weiß nicht was er da anpassen will. Ich weiß nicht, wie es ist. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Englisch spreche. Wenn sie sich da unterhalten, bin ich ja total verloren. Ich habe schon ein Problem, mich hier deutsch auszudrücken. Ich kann nur sagen, da wei, da wei. Mehr ich kann nicht sagen, raporta, raporta. Das wars dann schon. Das ist so ärgerlich hier. So ärgerlich hier. Ich habe gedacht, da wäre ich habe auch schon. Geh mal einen anderen Weg diesmal. Geh mal außenrum. Yo! Yo du Arsch! Ich glaube sie wohl nicht hier. Ich glaube sie wohl nicht hier. So ein Penner hier, oder? Ähm. Momentan, also in den letzten Tagen nicht. Sonst spiele ich als mit jemand, ja. öfters zusammen, ja. Aber das ist grad wohl einer, der mit mir spielt. Sonst habe ich keine Freunde mehr. Und so hier. Ein paar Leute, wo hier regelmäßig kommen. War aber alles schon anders, ja. Das war schon deutlich mehr los, ja. Das war schon deutlich mehr los, ja. Aaaaah, die Zeiten ändern sich halt, ne. Ja, ja. Rescue Leader. Geh, Rescue Leader. Aber meistens spiele ich halt allein. Meistens. So 90 Prozent, ja. Platt war nichts anderes übrig, ne. Man kann sich ja nicht raussuchen, ne. Schießt das Bein weg her, du Arsch, du Penner her. Ah, da steht nochmal einer. Ja. Ja. Munition, oder irgendwas? Gibt es eine neue Munition für mich? Da war noch vor allem... Nope. Deh, 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 deh. Deh, deh, deh. Kein... Keine Munition, oder was? Ja, aber Scheißladen hier. Ja. Ja. Meistens. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Gehen Sie hier in den Bus? Er runter! Joa, ihr seid doch Protektion denn. Found a Defense Kit. Found a Defense Kit. A Fenster Kit find. Ja, es ist Bus. Hallo Bus, kommen wir heut noch? Ja Allah, komm jetzt, du hast. Oh oh, oh oh. Ficou, wie schon war das? Ficou, wie schon war das? Wuska boys, wuska boys. Wuska boys. Alles Wärchen, alles Wärchen. Kack, die waren schon der Tod hier. Shit! Seisse! Der war jetzt schwache Leise hier. Mist hier. Also komm ich nie vorwärts hier. Kacke. Wenn er jetzt halt noch so drei Kollegen noch mehr hättest, dann wär das eine feine Sache. Aber... Ich möchte nicht hier... Tokio... Wer sagt, dass ich nach Tokio will? Hä? Ich will nicht nach Tokio. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Ich erschieße mir! Halt die Schnauze! Knallen ab, ja! Ich schnauze! Ich schnauze! Ich schnauze! Ich schnauze hier. Ich schnauze hier! Ich schnauze hier! Ö-öah! Ich schnauze auf den Heftopf! Ich bin mal heil Shut up Oh my god Ah so ist schon ein cooles Spiel Ich habe das gleiche wie so Left 4 Dead oder Back 4 Blood und wie sie alle heißen Im Prinzip alles hier dasselbe Schema Hauptsache Splatter Nein das gefällt mir aber nicht ja Ja wo hat er die andere hingeschmissen Oh 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 Muss mich gleich infizieren ja Jeez Halt die Schnauze Er nervt hier voll Pss 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 Reloading Yo Ain't gonna let this bus can't move without a Dupcip asse They'll never make it Jesus die gut schweig holly aber wenn ich immer hier an dem Punkt anbrennen fangen könnte, wäre das um die Mal ja. Get away from me! Hit them off the bus! Protest the guns! Stay together, there's more hiding. Let's go! Too close. Way too close. Loading fresh ammo! Help! They're almost through! All their tactics paid off! Thank you for it! Here they come! Was ist das? Jaa, ich muss dich alleine machen, ja. Ich hab... oh shit Ich hab' den beliebige 95 kills, yo Leg' mich her Schock die beiden an, ja So kommt man nicht voran her Gehen wir noch mal nach Jerusalem Der ist spaziergegangen am toten Meer Der bevorzug der Charakter Dann hab' ich die dann eben Was haben wir noch alles? Ja, Schlitzer? A du 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 Alles klärchen Alles klärchen Voll das Panik-Spiel hier Das Richtige zum Sonntag deutsch ahhh Wann dir da halt so vier leute wär' die Miet einander spielen dann wäre das glaube ich ein bisschen einfacher wie mit hier den 3d als cpu was hat sie denn da jetzt hat sie eine schroti oder was oh ja er legt mich am arsch ja immer diese jambels kärzer hellöchen alles muss die lady alleine morgen hier sie hurry up hurry up du hast keine sprengladung wot was haben wir noch schönes errichte eine verteidigung oder was wie soll ich eine verteidigung errichten weg daher ja Uh, 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 uh. Wärts auf, wärts auf, wärts auf! Äh, jetzt bin ich heute halbtot hier! Kampffstart Oh oh, nicht gut, gar nicht gut Gar nicht gut, gar nicht gut Ich denke, ich kann die Turbine von hier So, was? Die Turbine werden wie ein großer Blinder Ich bin auf es Ich bin auf es Hey, wasser Ame? Now I'm down Reload Weg da her Ihr blöde Männer Ich muss mich mal heilen hier Oh Oh Jesus Christ Ich probiere Munition Ich probiere Munition Ja Ich probiere Munition Ja Ich probiere Ich probiere Munition Ich probiere 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 Initiative Elite Ähm Dankeschön für die 75 Bits, Dankeschön. Und ja, was spiele ich noch momentan? Forza Horizon 5 spiele ich momentan noch. Formel 1 2021 spiele ich noch momentan. Ja, alles so querbeet halt. Gerade wie ich Lust und Laune habe und was die Leute halt mal mögen oder so. Aber 2 Jerusalem machen wir technische Unterstützung. Oh! Battlefield spiele ich momentan 4 oder 5 oder 5. Eins hab ich ja schon, Rainbow Six Extraction, dann Back 4 Blood hab ich's gespielt, was denn noch alles? Na ja, wenn du jeden Tag streamen tust und noch Youtube, da muss man halt schon einiges machen. Dankeschön, Pascal, Dankeschön, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Dankeschön, Grazie Miele. Ich mach auch extra Videos, ja, jeden Tag für Youtube. Ich lade zwar immer dann hier die Highlights so von dem Spielen, lade ich ja immer dann von Twitch auf Youtube hoch und spiel noch extra Spiele, wo ich jeden Tag Videos aufnehme. Ja. Da spiel ich dann so Sachen noch wie Halo hab ich gespielt, ähm gestern hab ich aufgenommen. jetzt weiß ich schon nicht mehr, was hab ich denn gestern aufgenommen. Aber das mach ich auch noch extra, ja. für Youtube. Aber ich weiß nicht, was hab ich denn gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Aber dein Mittag, ja, ja klar. Ich bin ja vorhin, bin ja aufgestanden, um halb 8, 19.30 Uhr bin ich aufgestanden und ins Bett geh ich dann wieder so um 13 Uhr oder so. Ja. Morgens um 6 geh ich immer noch wie üblich zu meiner Mom Kaffee trinken. Danach geh ich in Penny einkaufen, dann geh ich heim. Dann tue ich essen, meine Serien und Filme anschauen. Momentan schaue ich Svenja Sings an. Und dann nach dem Essen tue ich dann schlafen, ja. Bis normalerweise so um 18 Uhr oder so. Dann fang ich an zu streamen. Da stell ich normalerweise auf, so 18 Uhr stell ich auf. Ja. Und das jeden Tag. Immer der gleiche Ablauf. Ah, gestern habe ich Injustice noch gespielt. Das war's. Injustice 2. Ah, ich bin ja bereit. Und dann habe ich noch, spiele ich zur Zeit noch ein bisschen Dragon Ball Fighter Z. Spiele ich noch. Ja, die schaue ich mal an, wenn sie fertig ist. Wenn sie fertig ist, schaue ich mal sie an. Was mich halt ärgert... Warte mal. Was mich extrem ärgert, dass... Ähm... The Mandalorian Staffel 3 1. Februar 2022... 23... 23 kommt. 1. Februar nächstes Jahr. Das ärgert mich. Dass es dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Ja, ich warte, bis die Staffel fertig ist. Dann schaue ich mal sie an. Jetzt kommt ja erst hier Obi-Wan. Dann kommt ja Endor die Serie auf Disney Plus. Dann kommt Willow die Serie im Herbst. Und im Februar dann Mandalorian. Scheiße. 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 Noch so lange warten, bis ihr... Die Boba-Reihe weiter machen kann. Durchsuche die Leichen nach der... Lai! Stop! Au! Oh, ich hab ihm ins Gesicht geschossen. Komm ich da rein? Naja, scheiße, weint dann ja. Wetter nischt hier, wieder nischt. Ja. Erst im Februar, ja. Das ist ja ärgerlich, ja. Aber sie kommen halt nicht, weil sie eben noch die Endos-Serie und Willow noch dazwischen kommt, ne. Ja, ist schon ärgerlich, ja. Aber ja, muss man halt bisschen warten. Kann man ja nicht ändern, ne. Ja. Das haben wir noch genügend. Aber die Waffe taugt mir nix. Ja. So, mein Mann. Ich brauche diese scheiß Karte, ja. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Das kenne ich. Oh, da kommen wir wieder nicht durch hier. Da kommen wir auch nicht durch. Scheiße. Wie komme ich jetzt da weiter? Was stehst du da? Was macht er hier, ne, Horst? Da kommen wir auch nicht durch. Hä? Hä? Was habe ich wieder übersehen? Nein. Ich habe doch schon alle. Oh, da haben wir noch eine Granade. Ein Bömpchen. Ich habe die Karte. Ich habe die Bekleid. Ich habe die Karte. Ist es安全? Ich bin der. Los geht's. Ich habe die Karte. Du holst dich. Das ist Ihr ... Schieeees. Schaust du noch Formel 1? Schau ich mir nachher an. Also nix verraten. Schau ich mir nachher an. Nach dem Stream. Nicht spoilern. Ja und ich schau mal halt jeden Tag. Schau ich Serien. Jeden Tag. Ohne Serien kann ich nicht leben. Momentan schau ich dann noch hier Mr. Robot an. Noch nebenbei. Ohne das kann ich nicht leben. Das brauche ich. Sonst wäre ich verloren. Und halt ab und zu schauen auf Willmann. Wenn ich Zeit habe. Platzieren die Sprenglautung am Tor. Auf geht's. Auf die Heel und auf die Left. Gipsy Green Girl, hau ab. Jesus Christ, ja. Kommt noch jemand? Kommt noch jemand? Kommt noch jemand? Also, das war jetzt schon mal easy. Kann man eigentlich noch Sachen zu dir schicken, oder geht das nicht mehr? Doch, doch, das... Kommt auch ab und zu mal vor, dass mir jemand was schickt, ja. Ab und zu passiert es, ja. Zwar sehr selten, aber ja. Oh, scheiße. Jetzt wird's hektisch. Oh, ich bin auf. Oh, ich bin auf. Ich bin auf. Oh, mein Gott, ich muss ihn auf. Talk to me, Kringold. Heie 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 heie, also hallo, wie soll's da überleben, oder? Wie soll's da überleben? Da musst du mir ne E-Mail schicken, dann schick ich hier meine Adresse. Die steht ja sonst nirgends. Einfach ne E-Mail schreiben. E-Mail. E-Mail. Die kommen einfach nicht weiter, ja, scheiße. Ah, die steht ja eigentlich überall. Bei YouTube zum Beispiel steht's ja, egal wo, äh, Kanal-Info bei YouTube. Da steht ja die E-Mail-Adresse. Rosti2018-at-web.de Warte mal, muss ich mal auf meinen alten Laptop. Ah, mal auf meinen alten Laptop. Ah... Na, warte mal. Ah... 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 Web.de Ich war mal wieder zu schnell hier Scheiße, Muska, Nervenkrieg Auferstehung Ah, das ist der Timur Ich bin mir über die Oxale Ich bin mir über die Oxale Ich bin mir über die, die ich umfass. Ich bin mir über die Goldberg Aber das mit dem Anpassen, mit den Waffen, da schenke ich immer noch nix her. Dringe in den Bunker ein und aktiviere die Waffe. Benutze die sozialen Befehle, um deinen Teammitgliedern zu kommunizieren. Juhu. CPU checkt sie eh die hier. Ratenruten lassen sich nur schwer mit gewöhnlichen Patronentöten und erst recht nicht mit Nahkampf haben. Mit Feuer oder Sprengladung, ja wunderbar. Bitteschön. 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 Wurde. Wurde. Zombie Army 4 spiele ich noch. Zombie Army. Ich vergiss wieder zweimal die Hälfte. Zombie Army, ja auch cooles Spiel. Aber genauso chaotisch. We don't know what we're up against here. We are not alone. Da steht immer einer. Da steht immer einer. und deutlich plain rein. Wurde. Ah ... Shut up. Weiss, am peer część drinnen. Weiss, am new? Ja, er hat sich geboten, ja. 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 Ah, da steht jemand. Was ist da oben? Not a good sign. Ja, wir haben ein paar Minuten. Hallo, hallo, Kollege, Kollege. Was soll ich machen? Was, was soll er jetzt von mir? Äh, ich hab aber noch keinen blassen Schimmer her. Oh. Kann man ja ein Maschinengewehr benutzen. Oh, oh. Das ist kein gutes Zeichen. Und wo ist hier? Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Scheiße. Oh Scheiße. Ich habe taste noch mal im wohergegeben zu bekommen. Oh, oh ... Oh, oh. schicht johann er war mehr hier hallo hat euch jemand eingeladen hier nein 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 wo ist sie denn k.o. durch hier oh mein der super ist nichts mehr ja das ist einfach zu viel wo die alle herkommen ja 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 Tchiii Ich schaub keine Munition mehr, ja. Scheiße, Alter. All clear, ja. Wunderbar, ja. Allöchen Kilian. Ich schicke dir eine E-Mail und schreib's mir vielleicht. Mach ich, mach ich. Und wie war dein Samstag gestern, Kilian? Ja, ich bin total kein Muni mehr. Nichts, Kilian. Ah, da gibt's noch was. No Munition. Vor allem sollte ich mich... Vor allem sollte ich mich... Vor allem sollte... Ich sollte... Ich sollte... Ich hab keine Heilungsscheid online. Ich hab keinen Bock. Ich möchte da nicht hoch. Oh ne, oh ne, oh ne. Jo, laber mich jetzt zu, blöde Kuh. Super. Wie immer. Oho. Wie immer halt, ne. Wie immer. Wollen wir erstmal heilen, ja. Alles beim Olden so. Gestern war's mal wieder ziemlich ruhig. War eigentlich nix los. War tote Hose gestern. War tote Hose gestern. Aber ist ja nix Neues, ne. Wer braucht noch Hilfe? Braucht noch jemand Hilfe? Jo, ich bin ja ruhig. Jo, ich bin ja ruhig. So. Da wollen wir mal, ne. Alles freut mich. Wo muss ich hin? Amazing. Ich hätte gerne eine gescheitere Warme. Woher? Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Ja. Ja, schon war da nix. Ich würd mal gerne ein Level überleben. Das wär ja schon mal Erfolg, ne. Aber irgendwie haut es sich hin hier. Wo soll ich nicht schon mal hin? What? Bahnen die den Weg durch den Bunker? What? Ich weiß gar nicht, wo es da lang geht hier. Ich weiß gar nicht, wo es da lang geht hier. Ich hab die Orientierung verloren. Und da bin ich doch gekommen. Geh mir ein Sech. Something's wrong. Kein Blasenschimmer. Und da geht's ja nirgends lang. Du hast keine Sprengladung. Ja, scheiße wandern. Wie komm ich da weiter? Wie komm ich da weiter? Ah, da unten. Oh. Blind Ei. Die Selbstschutzanlage. Die Blöde. Die Selbstschutzanlage. Die Blöde. Wo schießen denn die hin? Wo schießen denn die hin? Die Shrubba. Die Flöde. Die Blöde. Die Wolde. Die Killung. Das wird alles gut. Die Flöde. danke danke dann erhol dich gut und träum was schönes ich wünsch dir was Kilian da bin ich mal gespannt ohje hier ist alles so dunkel ich sieh nichts wie lang sind denn die level hier es gibt es wohl nicht ja ich habe nichts mehr zum heilen ich habe nichts mehr Schießt rein! Ich brauche unbedingt Heilungen, ich habe nichts mehr! All das ist, einfach für Revenge. Das war die Intention. Die Idee ist, um es zu servieren. Look out! Thank you! This place is a maze! Ah, ein bisschen nach oben. Was haben wir da? Ausrüstungsmaximum erreicht. Du weißt... Ach so! Nee, 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 nee! Dann füllen wir da hoch! Oh, scheiß Ratten! Scheiß Ratten! Jetzt kommen die Ratten! Drecksviecher! Das ist gar nicht gut! Gar nicht gut! Aktiviere die Konsole! Oh! Was ich alles machen muss ja! Beobachtete... Ner... Nervengaste! Ich meine... Auf der einen Seite ist ja gut, dass die Level so lang sind. Da kommt schon keine Langeweile auf! Ah... Aber... Aber ein bisschen kürzer wäre auch nicht schlecht hier. Oder zumindest mal Heilung! Oh... Ein kleines bisschen... Oh, Heilung! Gut, sei Dank, ein Kerl! Gut, sei Dank, ein Kerl! Diggyang! Gut, gut, gut! Ich bin der Schrauber! Wir haben deine Schrauber! G�be... Schrauber! Wir haben einen auf den Grounds! Nein, 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 nein! Nein! Ja, da vibriert der Vibrator. So eine Scheiße. Man. Alter. Its ja unbelievable. Das ist jetzt leicht frustrierend. Würde ich mal sagen. Oh. Aufschlagzündung. Oh man, keine 25 Punkte ist ganz was Neues. Hallöchen, Jake. Inwiefern meinst du das? Scheiße. Jetzt war wir schon so weit. Kack die Wand an. 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 Kack. Ähm. Jawohl, mal. Jo. Ah. Alles klärchen, Pascal. Dann wünsche ich dir was, ne? Und... Hat Spaß gemacht, dich mal wieder zu treffen. War echt cool. Und vielen lieben Dank für alles. Ich wünsche helps. Pass auf dich auf, mein Freund. Erhol dich gut. War schön. Unverhofft kommt oft, ne? War schön, ja. Ich habe ja heute angefangen mit Stranger Things, die vierte Staffel. Und bei Mr. Robot bin ich mit den ersten zwei Staffeln durch. Und nach Stranger Things schaue ich dann weiter mit Mr. Robot Staffel 3. Aber die ersten zwei bin ich fertig. Sehr cool, sehr cool. Echt... Macht richtig Laune, ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Do not make a noise. Ist schon eine arg durchgeknallte Serie. Geil. Ich sag ja, die müsst ihr eigentlich anschauen, wenn du zugedröhnt bist. Ich glaube, da wirst du doch mehr so sehen und... Theorien aufstellen. Aber echt geil. Das ist alles nicht gut hier. Not gut. Not gut. Not gut. Not gut. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Ich haue einfach nur Abwehr. Nichts. Ich habe Angst. Nichts. Ich brauche Geschmack. Ich bin echt lieb. Ich muss mal heilen hier. Ich weiß gar nicht wo ich hin muss, da muss ich sagen. Ich muss Munition aufhören. Ich muss Munition aufhören. Ich muss mich aufhören. Ich hab mir den Weg da hoch müssen. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwie Munition noch irgendwo. Ah, Heilung kann man gebrauchen, ja. Heilung ist immer gut. Und sonst gibt es ja mal wieder nichts. Ja wunderbar. Ja. Ich hab keine Booty mehr. Ja. 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 gibt es ja aber ich hab keine heilung mehr I'm out of ammo ja wunderbar ich hab keine heilung mehr 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 oh halt da war noch Munition drin nur heil ich schätze bald Ruhe her wie willkommen denn da noch ja sobald könnt ihr doch gar nicht da rumstehen hier ich weiß gar wo ich hin muss ach da runter Munition Munition ja heilung wo nirgends das scheiß raten schon da ja 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 ich hab keine Munition mehr mit mit total ja leck mich an die Kappe China ist mir nach mir nach ich bin der Tollfäriger mir nach ja 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 Reloading! Bomb! Get down! Pretty good! Okay, I'm good. Yo, I'm good. Ja, ich bin voll nicht mehr gut, ja. Up in the elevator, ja. Holy shit, ja. Awww. Fickste, Alter. Was, was will er? Ja. Ich hab hier voll die Brunschwaffe. Oh, Waffe, 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 Waffe. Wieso macht er jetzt diese blöde Waffe? Waffe. 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 Ich konnte Waffe oder nicht mehr nöcher. Ja, ja. Äh, Mörs da. Oh, alle mal da oben. Irgendwas müssen wir machen. Errichte eine Verteidigung. Ja, wunderbar. Noch irgendwo? So, das hätten wir schon mal. Äh. Leuchtpistole. Sekundär. Was war denn Leuchtpistole? Oh, haha. Äh. Ich möchte aber keine Leuchtpistole. Scheiße, ich hab keine Mörder mehr. Ja. Oh, oh. Das ist ja. Das ist ja so. Oh, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. da hat er keine andere waffe mehr japaner der vollbruch mehr ja aber nichts mehr morgen mehr er hatte den scheiß war wer jetzt habe ich ja wie wenn der scheiß y-knopf mal funktionieren würde er jo shut up olga ja sobald er war ein spiel oder laupt über und gar keine überblicken mehr hast du hier gewonnen? Wo kommt denn die ganzen Torsts her? Ich hab... Ich hab... Oh, shut up! Oh, Screamer, scheiße! Ah, leck mich am Arsch! Liegt mir am Arsch! Darf der heute wahr sein, ja! Ja, da bin ich mal Platz 1 hier, ne? Der Verlichtungsexperte, ja! Maaan, Mann! Scheiß-Controller, ja! Schitten-Dicken-Totten, ja! Ach... Merde! Nein, abbrechen! Man bräuchte wirklich hier... Weil mit den 3 als CPUs halt... Ja, ich weiß nicht hier... Ist so... Nicht so the best one hier... Ah, das ist die, die jammert... Die Bauarbeiter hier... Aber so für zwischendurch macht das immer Spaß, ja... Aber wenn man im Prinzip weiß... ...dass man... ...null Chance hat, irgendwie... ...null Chance hat, irgendwie... Ähm... Mit der Oxana hab ich ja schon immer mal... ...Mann mit dem Sergei... Ne, Sergei ist mal zu dick! Der ist mal zu ungelenkig! Nein, das war er... Die Frau hab ich ja die ganze Zeit gespielt... Ja, doch! Ich nehm doch die Frau! Oxana ist wohl noch am hübriesten! Ah... Das kaufen wir! Das kaufen wir! Und das kaufen wir! Und Waffeln! Pistole! Das haben wir! Ein Micro MP! Ein Micro MP! Ehm... Ehm... Das war... Das war... Das war... Das war ein Problem! Das war ein Problem! Ehm... Ehm... Das war mit der Klauhe! Ehm... 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 Fugelkopf da... Ja, war das noch? Aber sonst noch irgendwo was? Sonst ist alles zu, ne? Aua, ne? Kanatwerfer! Einmalige Version! Ja, ich hab nur 5! Ach du Scheiße! Ich hab ja nur 5! Ey, der Kacke! schwere nahekampfer aber die haben auch 10 Schaden aber die Geschwindigkeit ist weniger da muss ich eigentlich alles haben machen wir das noch gehen wir mal wieder nach Moskau der Schlüssel zur Stadt der sogenannte Stadtschlüssel in dem Fall suche im Parkhaus nach dem Einsatzteam okie dokie ich versuche ich habe gedacht wir sind leise hier doch nicht leise doch nicht leise ohja Creeper in der Scheibe Creeper in der Scheibe das Stadtschlüssel ja ja schein ab er Kommt halt mal vor, was soll's. Ja, sagt der zu mir Arschloch, oder was? Ja, ich glaub, der spinnt hier, oder was? Dafür wollen wir alle, ja. Ah, komm ich wieder nicht durch, ja. Oh, Scheiße, nix weg hier. Ah, es gibt's da hinten schönes. Ah, da gibt's wieder nix. Oh, Munition. Jo, schaut auf, ja. Halte die Position, ja, ich versuch's hier. Ei. Der Long Corridor. Ich denk, ich soll die Position halten, ihr Pfeifen. Jo, mach mal ein bisschen schneller hier. Ja. Schütte den Sochtrop, ja. Ja. Ich bin nicht mehr. Das war's für heute. Ich brauche Munitionen. Ich habe leider keine Granaten mehr. Die Tür war doch schon auf, die blöde Kuh. Ja, will ich mich jetzt verarschen oder was? Ich habe einen Schreiber. Ich habe einen Schreiber. Ich habe einen Schreiber. Ich bin ein Schreiber. Ich habe alles, was ich habe. Oh. Oh. Und wir sind gefährlich hier. Ja. Ich habe einen Schreiber. Oh. Oh, schwenig. What? Blöde Kuh! So. Aber... What? Errichte eine Verteidigung, ich stehe doch ganz sauber, oder was, die blöde Kuh? Ja, du kannst beim Arsch kratzen, ja. Schützen, ja, schützen. Errichte eine Verteidigung, er hatte wohl den Arsch offen hier. Ich habe das in der Luft gewonnen. Errichte eine Verteidigung. Einfach mit der Hände und zum Land. Ja, einfach mit der Hände. Auf, was, was, nicht? Ich habe noch nichts gehört. Das war's für heute. Ah, er kann doch nicht sein, oder? Das war jetzt nicht fair, würde ich jetzt mal sagen. Also, BÖS! Ah, ich habe 111 gekillt, yeah! Schlapps-Zahl! Ah, da überall Platz 1 wäre ich jetzt das, ne? Holy shit, ja! Aber schon cool, ja! Macht Laune! Auch wenn es eigentlich im Prinzip unmöglich ist, hier allein mit der CPU hier zu überleben. Das ist einfach die... Massen an Zombies ist einfach zu viel! Wirklich too much! Aber ein cooles Spiel! Wirklich ein cooles Spiel, ja! Macht Laune! Wirklich? Äh, ich spise tägliche Karten ab. Tägliche Arosförderung. Falt weg! Tadadada, normal der Marathon haben wir gemacht? Infos anzeigen... Ahhhh... Damm-Damm... ...sala-mh-mh... Na ja. Aber cooles Ding, ja. Cooles Ding. Macht laute, werd ich ja beppert mal, wenn er irgendwann spiel, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Schon lustig. Vor allem, man kann es auch einigermaßen gut noch mit dem Controller spielen. Gerade bei der Art von Spielen ist es ein bisschen einfacher. Wo man einfach nur planlos hier an der Gegend rumpalanzen muss, ne. Da geht es dann doch schon ein bisschen besser. Wo man nicht so gezielt zielen muss, macht es ein bisschen einfacher, ja. Oh, warte mal. Macht laute, ja. World War 3. So, was macht die Papas Spaß, ja. Das ist sinnloser Rumgeballer. Genau, mein Ding hier. Man bräuchte halt so, man muss halt zu fährt sein. Gerade, wenn man ja in Trouble ist, wenn man dann Hilfe bräuchte. Die CPUs, die helfen dir halt nicht weiter, ne. Wenn du da mal am Boden liegst, da... Keine Chance zu überleben. Nun. ... ...